ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen folge von ja ist das ding dann noch mal hier fortnight genau ich glaube ich muss mal abspringen schon genau smoky snake ist dabei und wir werden wieder gegen die ganze welt kämpfen auch erhöht mich gar nicht na ich habe ihn nicht gehört alles mocker snake hallo auch ganz gut da an in unserer lieblingsfabrik bis am aufnehmen wieder ja genau ach so alles klar hallo du musst gar nicht lösen der macht das automatisch so kurz vor uns hier auch nur runter kommen müssen wie schneller gehen ich bin unten hier kommen wir nicht runter dass wir hier irgendwie das war glaube ich nicht so toll hier irgendwas das geliebt wir drücken zum munitions box ausschließt man die munitions box wird man nix haben und zwar mitnehmen aber wir hier noch steile da reingucken also nach oben darüber gehen was da ist wir haben eigentlich ziemlich ruhe immer noch muss eigentlich immer ganz gut ausstatten müssen natürlich dann viel laufen aus geht es macht nix doch da ist was man ist toll meine dinge auf glaube ich nicht genau weiter lang haben wir noch zwei stunden ok schon laufen ok zwei stunden zwei minuten ich weiß auch nichts mehr ich komme jetzt auch nur eine pistole echt nix anderes oder doch das noch was mit fünf schuss toll komm her nimm die 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 maschinenpistole hier bei mir noch eine magnum steffen da hinten ist nix mehr ja ich nicht ja noch ein paar pistolen und ich ziehe nachher hier habe ich noch ein paar gewehre jetzt aber alles nur graue komm da sind schon wieder leute ja ja ich muss den da habe ich das ist ja von der ferne kann ich mit grau vergessen hier das sind grüne waffen ich halte mich am boden aber muss mich mal retten hier durch die tür ich hätte glaube ich nicht schießen sollen du hättest schießen sollen nee vorhin also die ersten schüsse ok ach ja stelle runde fünf minuten und bereit geht mich wieder ich glaube dann kommt dazu viele hin wollen wir versuchen hier in dieses snoopy shorts ich habe das markiert mal da werden die alle rausspringen das heißt über über tilltown abspringen und dann nach hinten gleiten dann geht es also fliegt gut okay, falsch umgesetzt da ist noch ein anderer Spieler da ich sehe es gerade, ich nehme das nächste Haus dann sehr cool die Kisten sind ganz cool bist du auf dich oder? ne, auf dich doch bitte nicht, nicht echt geile Sachen hier wird beschossen, ne? du? ja warte, sag das nicht auf dich okay, ich gucke, ich komme in deine Richtung da war der 70 da hinter der Mauer gelöchert, aber scheiß steffen, hilfe ja, ich komme, ich bin da hinter dir ja, bist du gar nicht, bist am ADW du bist so weit weg hab schon zwei getötet dritter noch super, danke ich habe auch angeschlagen ich habe hier was hier ist das blau ist, aber das bringt ja nichts noch einer hier noch einer hier oh manu, guck mal, wo wir hingehen müssen wollen wir los, oder? willst du so einen blauen Trank? alles gut bring du mal oh ich habe auch noch sieben neben wir haben wir heute nicht viel alte, aber sieben neben? ja 14 jetzt komm her oh ne, geht grad hoch 14 18 25 43 sehr schön und rein wir laufen das stimmt schon weit, ne? ja oh ja wir haben noch 9 Sekunden, oh toll oh ich lieg am Boden oh ich lieg am Boden okay okay danke bitte bitte und blau hier, ne? runter ich bin wirst raus du Wir sind in der Wolke, oder nicht? Ich meine, wir müssen langsam rennen. Naja, ein Kill habe ich zumindest. Und wir sind unter den 50. Immerhin. Du hast auch schon ein paar, ne? Zwei. In der Tilt City hier. So gut ist, ich versuche aus rumzulaufen. Ich will sicher hier keiner mehr aufhalten. Die blaue Linie kommt bei dir. Mal rum. Falls jetzt sterben wir, oder? Kann sein. Run, run, run. Komm, da vorne ist doch schon die Linie, komm. Leben geht langsam runter. Da ist die weiße Linie. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Ah, mit vier habe ich aufgehört. Da ist das kacke. Da ist auch noch gestritten. Sehr schön. Ich habe mit drei aufgehört. Na toll. Ich höre schon wieder Schüsse, ist kacke. Direkt weiter, ne? Ja, ja, ich muss aber ein bisschen was suchen, mal ein Essen. Äh, Essen. Zum Leben, aber hier ist nix. Ja. Da ist irgendwo schieß einer. Naja, hinter mir. Ach man ey. Ich bin raus. Gerade. Angehauen. Angehauen. Ich bin auch raus. Ja, zurück zur Lobby. Eine Runde schaffen wir noch. Aber wir haben heute mal länger gelebt. Aber waren auch ziemlich weit weg. So, breit. Ich bin jetzt gerade besser- Hier ran laufen sollte man schießen da, ne? Hm. Wohin? Weißt du mal, was du guckst? Markiert ist noch nix. Jetzt können wir wieder nach Flasch. Also da. Ja, okay, das ist cool. Run, run, run. Ist doch die Farbe, ne? Bevor ich jetzt ansteuere. Weil da fliegen ganz viele hin. Egal. Geh runter hier bei den Dörren. Ja. Gehen jetzt hier runter. Dreh ab. Weißen auch ein paar. Das Haus hier drüben mal rein. Und hier auf dem Haus. Geh runter. Geh runter. Das war's. Ja, ich bin am drüben. Ah, ist schon tot. Ich will auch gleich tot sein, glaub ich. Hier sind einfach zu viele. Ich will auch gleich tot sein, glaub ich. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und ihr seht uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao! Chau!